. BR 2018 BR 2018 BR 2018 An meiner Zimmertür hängt ein großes Schild. Zutritt für Erwachsene verboten. Das ist mein eigenes Reich, meine eigene Welt. Zutritt für Erwachsene verboten. In meinem Chaos fühl ich mich wohl. Meine Sneaker fliegen überall herum. Find ich mal mich beide, zieh 2 verschiedene an. Weil ich damit meine Mama in den Wahnsinn treiben kann. Wer Ordnung liebt, ist nur zu faul zum Suchen. Mein Zimmer, das ist bunt und kreativ. Wer Ordnung liebt, ist nur zu faul zum Suchen. Da werd ich zum Klamotten-Detektiv. Ich find immer wieder Sachen, die ich längst vergessen hab. Mein Zimmer ist genauso, wie ich bin. Richtig schön chaotisch und so kreativ. Findet das hier irgendjemand still? Ich bin so, wie ich bin. Ich bin so, wie ich bin. Klar, meine Mama hat schon jeden Trick probiert. Zutritt für Erwachsene verboten. Darum schließ ich auch mein Zimmer immer ab. Zutritt für Erwachsene verboten. Meine Mama liegt mir dauernd in den Ohren. Eines Tages gehst du darin selber noch verloren. Wer Ordnung liebt, ist nur zu faul zum Suchen. Mein Zimmer, das ist bunt und kreativ. Wer Ordnung liebt, ist nur zu faul zum Suchen. Da werd ich zum Klamotten-Detektiv. Wer Ordnung liebt, ist nur zu faul zum Suchen. Mein Zimmer ist genauso, wie ich bin. Wer Ordnung liebt, ist nur zu faul zum Suchen. Findet das hier irgendjemand still? Ich bin so, wie ich bin. 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 Ich bin so, wie ich bin.